Hey Leute, komm zurück zum Mario Kart 64 mit dem Fleisch! Mit Centos, dem Rennfahrer! Ja, du lauerst immer ne Scheiße. Ja, komm mal, ich lass mich immer jedes Mal für dich was neues einfallen. Mhm. Wenn der DUN für dich einen Namen hätte, ne? Du hättest alles durchschraubt bei mir. Komm mal. Äh, ich nehm heute TOT. Was ist eine Überraschung? Wie immer TOT? TOT? Torte. Dörtchen nehm ich hier, Dörtchen. Star Cup, oh mein Gott. Geh mal nochmal rüber. Ich wollte wissen... Oh nein. Ne, ne, den noch nicht. Aber die strecken wir hier. Ah, guck, das ist auch ein Remake von dieser einen Strecke. Ja, von da ganz unten. Ne, die hatten wir ja. Zeig ich da bei dir auch den goldenen Cup an? Den goldenen Pokal? Ja. Okay, oh, Vario Station. Oh, die kann ich gar nicht mehr. Ja. Normal, dass er das anzeigt. Buh, uh. Buh, bleh. Wom statt ich eigentlich auf Machten? Dann wollen wir wieder starten. Und der erste startet immer auf Machten. Das ist total unfair. Doch, klar war nicht. Hi, Jungs. Da ist die Lady. Hallo, Centus. Das war klar. Ja. Scheiße. Da warten müssen, glaube ich. Ja. Hallo. Hi. Hi. Ja, und. Fick dich. Du bist trotzdem nicht vorne. Na. Also halt's Maul. Also weit vorne nicht. Was ist das? Gut, durch die Kurven siehst du mich jetzt nicht so ganz. Aber da siehst du, da bist du doch schon wieder. Und Jump. Typ-typ. Typ-typ. Typ-typ-typ-typ. Typ-typ-typ-typ. Oh, diese geilen Dinger hier. Ich hab wieder nichts bekommen. Boah, ich hasse das hier, ne? hab da was für dich schade wo denn mach ne Banane für dich wo in dem Weg wo wer es wissen will ja der Bus wie was warum wer es wissen will und weil wo ist der Bus für Freddy da kommt der wieder angegrindet weiß ich schon Peaky Peaky Ernsthaft Ach bozer meckern noch um mir so ne das ist die freuen sich doch wenn die jemanden holen mich freut das aber nicht ach du scheiße ich krieg nix ich krieg nix weil Bowser danke tja ein Glück war nur weil er gebremst hat so meine Pilzfreunde man kann man auch machen wenn man den richtigen timing springt hast du drückt dann springst du noch mal hoch oder am richtigen timing einen abschießt dann fliegt er nämlich hinten runter oder soja dann ich kriegst du mich verarschern Piks du weiterbombsknoten na 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 die sind wieg das ist mir aufge die sind wirklich die jugendfrei wir rülpsen wir schimpfen die ganze Zeit beleidigen uns durchgehend ja ich weiß dann sind die gleiche und die Videos finde ich jugendfrei wir müssten immer schon FSK 18 bei jedem Video machen selbst bei Mario Kart 64 waa was war das hier jetzt schön lenken waa wiiiihihi weißt du war ja schon nicht schlimm dass Yoshi und Mario hinter mir sind aber da sind meine komischen Freunde hier hinten auch hinter mir mit Donkey Kong noch zusammen ja ich glaub die freuen sich dann immer ja oh Cento guck mal ich hab ne Facebook Anfrage für dich boah du bist so freud ne so behindert Peach will ich die nicht geben mit der bin ich mit ihr bin ich schon befreudet im Schloss mhm oh oh scheiße ach Peach tut mir leider leid ja ja ich muss erst an den Hofner da vorne rankommen ja ja an den Hofner ist klar du bist der Hofner du bist doch Toad nicht ich ja du bist der den niemand mag Bruder ja den niemand mag nein wo machst du eigentlich so ein Schuttsschild auch nicht was soll das war auch einfach nur so war klar dass ich hier wieder nichts bekomme oh danke war nämlich auch dass man durch diesen wenn du dann springst nochmal richtig weit springen kannst im richtigen Moment dann kommt der nochmal hm irgendwann kam das doch ne kannst du mal bitte weg gehen wir wollen keine Dinger von dir nehmen ist dabei Ali hau ab Ali hau ab Ali ich will nix Ali hau ab der soll der Blitz nicht beim Kacken treffen ah das schießt dir jetzt an den Kopf hm jaja ich schieß dich jetzt an den Kopf hm jaja jaja waaah hörst du das manchmal an mein Lenken hallo so da hat nicht geklappt wo man übertreiben sollte man es auch nicht weil du fängst an zu rutschen ich komme noch ich komme noch will ich aber nicht ja geil ich glaube nicht dass du kommst ist pilztastisch weißt du was gruselig an diesem level ist? Varios Gesichter an der Wand ja er wollte auch mal auf mit rutschen jeder hat glaube ich so ein level oh da fahr ich genau zwischen hab ich auch gehabt ich hätte mal in die andere Richtung überlegen müssen fuck 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 total rein gegrindet hab mir so ein Ding gegrappt hmm heee das war aber nur weil ich hinter dir war du Pisser aber ey wie kriegen die anderen uns nicht wirklich ne? ne komischerweise aber die sind nah die sind guck da ist jemand ist das ein Mario? hab ich schon gesehen du Arsch brauchst du mir nicht erzählen mich seht er schon ja ich gucke mal auf die Mittellinie ich nicht das ist weiß ich wenigstens wer wo ist oh hier krieg ich wieder nix oder? nein man schon wieder nicht hier krieg ich nie was ah du Sau war ich nicht fünfter ok wo ist denn Peach hier? hinter mir ok der ist in seine eigene Bananenschale eben gefahren für Mario ja Mario ist fünfter hi aber sicher wie gehts? weiß ich nicht huckelig gerade lol idiot lol vollidiot aber der wollte auch nicht weg lenken die Sau wow das war mein Panzer doch der da endothelgisch oh mein Gott das war eben das war klar das war klar aber die das Ding hole ich mir ja hast Glück gehabt oh oh das tut weh idiot oh nein jetzt flieg ich hier runter ja jetzt fliegst du da runter scheiße lol ja da bist du instant achter jetzt war ich bestimmt noch falsch rum ne vor allem wie lange geht denn die runde hier überhaupt knapp drei minuten oh mein Gott ich bin siebter joshis mit mir runter gefallen wir sind bei elf minuten oh wie lange ging die wiki die runde die runde ging sechs minuten insgesamt oh mein Gott total mies wer ist da ja warum warum ich würde auch erster gewesen würdest mich eh nicht mehr gekriegt ah hier waren noch paar chancen hier waren noch ein ding hier hätt ich noch was grappen können ne das Ding das hab ich hingesetzt ne ich hätt noch irgendwas holen können stimmt hörst du nicht na scheiße bei der loser da hab ich mir selbst ein Ei geschossen ja aber so richtig weil du auch direkt ja ich wollte im geraden flug die dinger reinzimmern das hat jetzt noch gecrashed oh mein Gott ja null punkte was passiert null punkte war das erste level ne ja ging echt ganz schön lange ja fast sieben minuten bei mir ja null wieso haben wir denn 13 minuten schon weil wir vorher noch die level ach wir hatten vorher noch die aufnahme an und sowas ja aber nicht so lange ja und dann halt noch ein bisschen so rumgegrappt ja und willkommen auf der Endcard von Mario Kart 64 wenn ihr links auf den Luigi kommt ihr zu Centos rechts kommt ihr auf meinen Kanal und in der Mitte auf den kleinen Bildschirm kommt ihr zum ersten Video von Mario Kart 64 lasst eine Bewertung da vergisst nicht zu liken oder zu abonnieren wenn das dir gefallen hat bis dahin bis zur nächsten Folge und tschüss bis zum ersten Video bis zum nächsten Mal